Moin, liebe Top-Familie und liebe Lizenz-Fanzler draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir sprechen über das Finale und das ist somit hier das vorletzte Video dieser Staffel. Es wird kein Video geben und das möchte ich ja schon mal vorab sagen zur Profi-Challenge, aber natürlich der Hinweis, nächste Woche Freitag Profi-Challenge auf RTL. Genauso wie jedes Mal sonst auch freitags um 20.15 Uhr. Kann ich euch nur empfehlen, sind tolle Paarungen dabei, interessante Paarungen. Es wird nur noch ein Video geben, wo wir nochmal auf die Staffel eingehen, als Resümee, das heißt, das werde ich nicht hier machen und wo ich natürlich auch nochmal auf meine Prognose eingehe und natürlich die Frage, habe ich diese Staffel besser oder schlechter getippt als die vorherige? Das ist die große Frage, das klären wir aber dann natürlich im nächsten und damit im letzten Video. Wir sprechen über das große Finale, neun großartige Tänze mit den Finalisten und wir wissen jetzt, wer Dancing Star 2024 ist und damit hier Nachfolger von Anna Ermer Cover, wo ich sagen muss, ich fande es dieses Jahr die Staffel stärker, weil sehr, sehr viele Paare aneinander waren. Wir beginnen aber natürlich chronologisch, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glocke aktiv, nicht vergessen, Artikel unten in der Beschreibung, schreibt eure Meinung und in die Kommentare hin. Ja, so viel dazu. Also, ja, Opening, alle Paare bzw. alle Profis waren da zu sehen und haben zu John Miles Music getanzt. Ein wunderschönes Lied, wirklich ein wunderschönes Lied, alle haben Silber getragen oder so, oder so golden, sag ich mal. Das fand ich ganz, ganz schön und dann nochmal zu dem Lied von Donna Summer Let's Dance, äh, die Last Dance, wurde dann nochmal getanzt, fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Ja, meine Lieben, beginnen wir mit dem ersten Tanz und gehen auf den ersten Tanz ein und zwar beginnen wir mit den Jury-Tänzen. Wir erinnern uns jetzt gerne nochmal kurz zurück. Jury-Tänze, ich habe ja schon letzte Woche ja etwas erzählt, ähm, das habe ich ja hier auch stehen, irgendwo, genau hier. Ähm, bei Detlef und Iket habe ich gesagt, müsste der Jury-Tanz werden eigentlich der Paso Doble, das war zumindest der Punkt schlechteste. Ähm, aber es wurde aus Show 1, ähm, dieser Tanz hier, nämlich der langsame Walzer. Ihr seht natürlich unten meine Punktzahl, ähm, die haben den langsam Walzer getanzt zu What a Wonderful World von Louis Armstrong. Schönes Lied, man mag das Lied. Ähm, es war besser als in der ersten Show, auf jeden Fall. Ähm, ich finde nur, also ich, ich habe es jetzt bei jedem der Tänze Punkte gegeben, die ihr ja auch sehen werdet, aber ich sage es so, wie es ist, ich würde es mal feiern für die Zukunft. Einfach nur so rein theoretisch, obwohl es, ich sag mal, jetzt nicht so einen großen Unterschied am Ende gemacht hat, aber dass man auf Punkte verzichtet und alle drei Paare einfach tanzen. Ähm, die Jury soll trotzdem eine Wertung abgeben, aber dass die Punkte einfach nicht zählen. Fände ich auch mal cool. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ähm, und dass es wirklich so, wirklich rein auf die Zuschauer ankommt. Ähm, es war schön, es war nicht hart, es war leichtfüßig, es war emotional, bei Rückbewegungen ein bisschen schwer getan, manchmal falsche Fußarbeit gesetzt, ganzer Fuß und eben nicht Ferse und Ballen, dass es nicht immer hat richtig abrollen lassen. Ansonsten war es aber ein schöner, romantischer erster Tanz von den beiden. So, dann machen wir weiter mit dem Jury-Tanz von Jana und Wadim. Wir erinnern uns, der schlechteste Tanz war eigentlich tatsächlich, ja, der Jive mit 12 Punkten. Das war die erste Show. Ähm, und dann würde ja der Slowfox kommen mit 19. Aber aus Show 7, ähm, warte, ich muss nochmal kurz so... Aber aus Show 7 wurde es dann tatsächlich die Rumba, was mich ein bisschen gewundert hat. Ähm, ich fand's wirklich sehr, sehr sexy. Ähm, das war wunderschön getanzt, wirklich sehr, sehr sinnlich. Sehr, ähm, ja, romantisch. Schöne Bewegung, schöne weiche Bewegung, wo ja auch immer gesagt wird, hm, weibliche Seite zeigen und dass das ja irgendwie, ähm, ihr auch sehr, sehr schwer fällt oder dass ihr das ja auch immer ein bisschen unterstellt wird. Ich finde, sie hat das grandios gemacht. Für mich, ähm, ein sehr, sehr schöner Tanz. Besser als die erste Rumba, ja. Aber ich hätte gerne den Jive oder den Slowfox gesehen, weil das zumindest von den Tänzen und punktetechnisch gesehen die schwächeren Tänze waren. Ähm, deswegen, ja, da hätte ich mich eher gefragt, wie sie das jetzt gemacht hätte. Nach all den Wochen, wie sie sich dann nochmal an diesen schlechten Tanz gesetzt hätte. Auf jeden Fall fand ich den aber besser als wie den, äh, Walzer von Detlef. Dann, erinnern wir uns ebenfalls zurück, Gabriel und Malika sind die Dritten im Bunde. Und, ähm, deren schlechtester Tanz war ja der Paso Doble in Show 2, wo man nur 17 Punkte bekommen hat. Ähm, aber den haben sie ebenfalls nicht getanzt, sondern auch aus Show 7 haben sie getanzt. Oh, stimmt, bei Jana habe ich gar nicht den Song gesagt, fällt mir gerade auf. Bei Jana hat im Übrigen zu Eres Todo and Me von Anna Gabriel getanzt. Ähm, und das ist jetzt die Überleitung, denn, ähm, Gabriel und Malika haben eine Samba getanzt. Ähm, und ich muss jetzt zumindest schmutzeln. Ähm, für mich, sag ich nur, sind das auch 9 Punkte, wie für mich auch bei Jana und Vadim. Ähm, er hatte zwischendurch so kleine Passagen drinne, auf jeden Fall, wo er ein bisschen gestanden hat, bei dem Song Maskenada von Sergio Mendez. Ähm, das Lied haben wir auch schon einige Male bei Let's Dance gehört, aber nicht unbedingt als Samba-Nummer. Ähm, wir hatten das schon mal als Salsa oder auch als Cha-Cha-Cha. Daran erinnere ich mich, deswegen, ähm, es war stark. Es war für mich aber nicht, ich müsste da alle Staffeln nochmal durchsehen, die, die, die beste Samba, die je bei Let's Dance war. Aber, umso mehr, und das muss ich wirklich so sagen, umso mehr hat mir die Reaktion von René Caselli gezeigt, der da saß, und, und wie, wie sauer er war auf dieser Aussage, als Lambi gesagt hat, das war für ihn die beste Samba, die er je gesehen hat. Das war für mich irgendwie so eine Art Genugtuung, dass, dass, ich glaube, René wurde ja damals auch bei der Samba gelobt, und dass Gabriel ihn jetzt da überholt hat, muss ich sagen, verdient in dem Sinne von der Aussage. Ich bin kein Fan von René und gerade auch, was da ja für Vorwürfe waren, aber das ist ein anderes Thema, jedenfalls, aber, ja, so viel jedenfalls dazu. Ja, das war Runde 1, und, ähm, das waren ja die Jury-Tänze, und dann kommen wir zu den Lieblingstänzen. Ähm, ich gehe mal eben kurz nochmal hier meine Theorien durch. Ich habe gesagt, bei Detlef und die Kids wird der Lieblingstanz sein, die Samba, bei, ähm, Jana und Vadim habe ich gesagt, der langsame Walzer, und bei Gabriel und Malika der Tango. Bei zwei von drei lag ich richtig. Ähm, finde ich zumindest gut, dass ich zumindest da richtig lag. Ähm, da bin ich ganz froh, weil Jury-Tänze hätten eigentlich auch andere sein müssen. Und wir beginnen natürlich wieder mit Detlef und Ikat mit ihrem Lieblingstanz. Es war die Samba. Ähm, die Samba hat was. Das Lied ist abgrundtief, und ich sage es wirklich so, wie es ist, Scheiße, ich mag dieses Lied überhaupt nicht. Ähm, und zwar Tum, Takeda von Luca D. und Alessandro Olivato. Rente denn, de de de, rente denn. Das Lied ist schrecklich. Wirklich, absolut. Aber der Tanz war gut. Wirklich. Der Tanz war gut. Ähm, hat mir wirklich gefallen. Ich fand's dynamisch. Ich fand's, äh, insgesamt stark getanzt. Ähm, ich fand den wirklich diesmal auch besser durchgetanzt, als wir ihn damals hatte. Ähm, deswegen für mich hier zehn. Lambi hat neun gegeben. Ich sag mal, theoretisch könnte ich sagen, ich gebe bei jedem zehn. Das ist aber zumindest in der ersten Runde beim Jury-Tanz, wo du, Mann, da nochmal ein bisschen was anderes zeigen musst, ist da immer nochmal das Kriterium ein bisschen anders. Aber jedenfalls, ähm, ja. Aber ich fand's wieder stark getanzt. Ähm, ich hätte da zumindest die 30 Punkte bei den beiden erwartet, weil es war wieder auf jeden Fall lustig anzusehen. Ja, kommen wir zum Lieblingstanz von Jana und Vadim. Klar, das wäre, ähm, so gesehen meine zweite Wahl gewesen beim Lieblingstanz, denn die haben den Quick-Sip nochmal getanzt zu I Want You To Want Me von Letters to Chloe. Ähm, absolut genialer Quick-Sip. Für mich hier auch zehn Punkte. Lambi hat da Fehler gesehen. Weißt du, wenn du Fehler siehst und, ich sag mal, ich hab da auch Fehler gesehen bei Gabriel in der ersten Runde, das wird da so ein bisschen runtergeredet und wenn es nur so ein Fehler ist und dann gibt er da die zehn. Aber bei Jana, finde ich, achtet er sehr, sehr extrem darauf, ähm, irgendwie auf die Fehler und bewertet die dann. Ähm, das, das finde ich irgendwie nicht fair, wenn ich ehrlich bin, weil dann soll man es für ein Finale, wie ich ja schon gesagt habe, so machen. Die können bewerten, aber es geht nicht in das Voting mit rein und mit den Platzierungen. So, so meine Meinung. Für mich ist es aber auf jeden Fall, ähm, äh, ja auch eine zehn Punkte, weil wie gesagt, bei der Samba mit Gabriel, ich finde, er hat sich da ja auch vertanzt. Da waren auch eben so kleine Fehlerchen drin. Aber, ähm, hier keine zehn zu geben bei den Lieblingstänzen, finde ich ein bisschen schade. Und dann kommen wir zum Lieblingstänzen natürlich auch noch von Gabriel und Malika und auch da lag ich richtig mit, dem Tango, ähm, zu Nothing Else Matters von Metallica. Ähm, ja, ähm, das Instrumental hat was von Nothing Else Matters, das muss ich sagen, das Original mag ich nicht so unbedingt, ist jetzt nicht so, ähm, mein, 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 mein Musikstil. Aber ich finde, das war wieder ein wunderschöner Tango, wie auch schon damals ja in Show 5, glaube ich, war das, wenn ich mich jetzt gar nicht irre. Ähm, wirklich absolut genial, schöne Choreo. Auch hier gebe ich die zehn absolut schön anzusehen. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Final Freestyles und da habe ich mich natürlich sehr gefreut auf die Thematiken. Ähm, und, ja, und, äh, da war ich sehr gespannt darauf, was denn alles kommt. Ähm, zwischendurch können wir ja nochmal eben hier kurz erwähnen, weil wir jetzt ja zu den Freestyles kommen würden. Ähm, denn nach der ersten Runde war es ja schon so, dass nochmal die Profis getanzt haben zu Love Story. Ähm, das war auf der letzten Show. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, ich habe da auch Perfect von Ed Sheeran rausgehört als, ähm, Instrumental, das fand ich sehr, sehr schön. Und natürlich haben auch nochmal die ausgeschiedenen Paare, die natürlich da waren, getanzt. Ähm, abgesehen von Marc, Sophia und Tillmann. Die haben nicht getanzt, ähm, weil die verletzt oder eben erkältet sind. Ich glaube, Sophia war heute auch nicht da. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, war das auch nochmal sehr, sehr schön, auch nochmal einen Rückblick dieser ganzen Staffel zu sehen. Ähm, auch das mit Toni zu sehen. Also das, das war schon, finde ich, insgesamt, ähm, nochmal schön, so die Staffel in so einer Art, in einer Recap in dem Sinne zu sehen. Ähm, fand ich sehr, sehr schön. Ja, und dann, wie gesagt, das war ja schon nach Runde 1, ähm, kamen ja die Lieblingstänze und jetzt kommen wir zu den Final-Crestylen. Und, ähm, da beginnen wir natürlich mit, und alle haben 30 Punkte bekommen und ich gebe ja auch bei jedem 10, aber das erklärt sich von selbst. Wir fangen natürlich an mit Detlef und E-Kid, die haben nämlich zu dem Thema Man in Black tatsächlich, ähm, ihren Freestyle gehabt. Zu den Songs Man in Black, Who Let the Dogs Out, Back in Time und I Will Survive. Ich weiß nicht warum, aber bei dem Song I Will Survive, ich hab mir das auch so aufgeschrieben, ich hatte irgendwie kurz so ein Flashback zu Ingolf Lück damals, wo E-Kid ja mit ihm mit Schreck getanzt hat. Ich weiß nicht warum. Ähm, ich fand den Tango, ähm, den Detlef mit Maria getanzt hat in dem Part, äh, den, den, den fand ich stark, muss ich zugeben. Ähm, wirklich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch den Beginn so mit seiner, mit seinem Breakdance und Hip-Hop-Moves fand ich mega, fand ich wirklich sehr, sehr stark. Ähm, also wirklich, dass, also der Freestyle hat, finde ich, und das hat, finde ich, Lambi auch gut auf den Punkt gebracht, hat seine Welt mit der Welt, ähm, die hier bei Lipstances mit den verschiedenen Tänzen zusammengebracht. Und das hat, finde ich, perfekt zu Man in Black hier gepasst. Dann kommen wir zum, ähm, Freestyle von Jana und Vadim. Ähm, der war feurig, der war stark, ähm, denn auch die haben natürlich, wie gesagt, 30 Punkte bekommen. Ähm, da komme ich gleich auch nochmal zu einem, einen Punkt, der mich auch sehr berührt hat. Ähm, und zwar zu dem Thema Beyoncé. Beyoncé ist so eine Art Vorbild für Jana und haben zu den Songs Run the World, Single Ladies, Tracy in Love und Halo getanzt. Ähm, diese Überleitung in der Tänze. Wirklich mega, also, ähm, gerade auch wieder der Paso Doble, finde ich, ähm, der Jana auch schon im Tanzduell, wo sie in Team Mozzi drin war und gewonnen hat, ja, mit Gabriel zusammen. Ähm, und auch bei ihr Magic Moment, wo sie ja auch den Paso Doble hatte, ähm, und dann den Paso Doble gemeinsam, ja, dann auch mit, ähm, war doch, glaube ich, oder? Genau, den Paso Doble dann ja auch im Trio Dance, äh, war absolut genial. Also wirklich, äh, Hammer, wirklich Hammer. Nee, der Paso Doble war nicht im Trio Dance, der war letzte Woche, glaube ich. Ich glaube, da habe ich mich jetzt gerade versehen. Aber jedenfalls, ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich, ich fand das wirklich, ähm, ja genau, der war letzte Woche. Ähm, mega insgesamt diese Choreo, diese Inszenierung. Und dann das Ende, wie sie so gesagt hat, ruft nicht unbedingt nur für mich an, sondern sie wünscht gerade auch Vadim den Sieg. Ähm, also wirklich, das, das fand ich sehr, sehr schön, sehr, sehr emotional. Ähm, das, das hat auch mich berührt. Das fand ich wirklich schön von ihr gesagt. Und dann kommen wir zum letzten Freestyle, zu einer, ja, Tragödie, wenn man das ja natürlich so sehen will. Ähm, es ist eine Tragödie, die, die größte Tragödie vielleicht in der literarischen Geschichte. Denn, ähm, Gabriel und Malika haben ihren Freestyle zu Romy und Julia getanzt. Ähm, wenn ich, und da bin ich jetzt ehrlich, für mich, ähm, zumindest wenn ich die drei bewerte, hat der mich am meisten nicht abgeholt. Den würde ich auf drei setzen. Ähm, für mich sind es auch 30 Punkte, weil ein Final Freestyle bedeutet ja nicht immer unbedingt, du musst viel tanzen und ich möchte viel Tanzqualität sehen. Das hat Gabriel in der gesamten Staffel gezeigt. Ähm, und ich glaube, bei den Freestyle ist es so, da hast du eigentlich so safe, so diese 30 Punkte. Ähm, für mich war es aber zumindest der Schwächste. Ich, jetzt haltet mich für verrückt, ich, äh, habe mich schon sehr, sehr viel immer mit, äh, Romy und Julia beschäftigt, mit dem Thema. Im Übrigen waren die Songs, nochmal ganz kurz, äh, Dance of the Knights, Lawful, I'm Kissing You und Herrscher der Welt. Ähm, jedenfalls, ich, ich, ich kenne mich schon sehr, sehr gut aus, so mit dieser Geschichte. Und deswegen meine Frage, ohne dass ihr googelt, wisst ihr, wie Romeo und Julia mit Nachnamen heißen? Ich weiß nicht warum, aber irgendwann hat sich das so, so eingeprägt, ähm, mit den, jetzt löse ich es ja kurz auf, mit den Capulets und Montagues, ähm, Romeo Capulet und Julia, ne, Romeo Montague und Julia Capulet. So, genau. Ähm, wirklich, also, ich weiß nicht warum, aber ich, 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 ich mag das. Schöne Geschichte vom Vertanzen fand ich das von der Qualität nicht so stark insgesamt gesehen. Ähm, aber trotzdem, die, die Geschichte und was sie erzählt haben, das hat mich berührt und das fand ich schön. Ja, meine Lieben, das waren die Final Freestyles und dann die Entscheidung. Ja, ähm, wer belegt Platz 3, wer belegt Platz 2, wer belegt Platz 1, wer ist Dancingstar? Ähm, auf Platz 3 und damit, und ich muss es hier oben auch noch nicht mal einblenden, auf Platz 3, ihr seht es nämlich gleich, sind Detlef und Ikat. Ich finde, ein trotzdem verdienter dritter Platz, er hat sich verändert vom Tänzerischen, er ist nicht mehr so dieser harte Typ, so von den Bewegungen, ähm, ich, ich, ich fand stark, wie die beiden getanzt haben, hatten schöne Momente, ähm, und der Freestyle, finde ich, war so mit das Beste in der Staffel mit der Samba, also die Samba von den beiden, exzellent, sensationell, hat mir sehr gut gefallen, deswegen, ähm, das ist der dritte Platz. Wenn wir über Platz 2 sprechen, wissen wir natürlich, wer gewonnen hat, denn auf Platz 2, und, ähm, ja, und, äh, auf Platz 2 ist Jana mit Vadim. Ähm, ich bin ehrlich, ich hätte ihr natürlich sehr, sehr den Sieg gegönnt, ich dachte so, Mensch, schade, letzte Woche habe ich noch Flo, ähm, vorhergesehen bei The Massinger, dass Flo bei The Massinger gewinnt, ähm, ich hab so gedacht, Mensch, vielleicht habe ich sie ja irgendwie, jetzt auch bei Let's Dance, sie wurde Zweite, aber alleine, sag ich mal, dass, ähm, dass sie sich so gesteigert hat, und am Anfang so wenig Punkte hat, und dann immer mehr sich gesteigert hat, zeigt einfach nur, dass sie so hat, an sich gearbeitet hat, ich hätte hier deswegen sehr, sehr den Sieg gegönnt, ähm, aber, wie wir ja wissen, ist Dancingstar Gabriel mit Malika. Ja, ähm, ja, man kann jetzt sagen, natürlich so ein bisschen in dem Sinne, von Anfang an irgendwie war es klar, ähm, kann man, finde ich, schon so ein bisschen auch sagen, klar, vor den Punkten hier, das kann man ja, hier kann es kurz sagen, wenn man alles zusammenrechnet, hat er natürlich verdient, gewonnen, aber es sind ja nicht immer die Punkte. So, äh, wir erinnern uns an Staffeln, wo die tänzerisch Besseren nicht gewonnen haben. So, letztes Jahr hat die, hat vor den Punkten her die Beste gewonnen, war eng, äh, weil Julia hat auch eine große Fanbase, ähm, dann erinnern wir uns mit Valentina und Rurik, Valentina hatte, ähm, ich glaube, sieben oder acht Punkte mehr als Rurik in der Staffel, und hat nicht gewonnen, wurde nur Zweite, und Janine Ullmann war von den Punkten her besser als René Caselli, aber René Caselli hat gewonnen. Also deswegen, die Punkte sagen ja nicht immer was aus, ähm, äh, Gabriel hat im Übrigen am Ende 508 Punkte in der gesamten Staffel geholt, ähm, Jana 475 und Detlef 483, also da liegen zum Beispiel eben nur acht Punkte zwischen, aber alleine zwischen Detlef und, ähm, und, ähm, hier und Gabriel, das sind einfach 25 Punkte, also das ist dann schon eine Menge, wenn man das dann so sehen will, und ja, damit ist hier mein zweites Hälft tatsächlich voll, ähm, und ja, und das war die Staffel. Meine Lieben, wie hat euch das Finale gefallen? Schreibt alle Meinungen, Impressionen, alles unten in die Kommentare hin. Ich sag mal, es ist ein verdienter Sieger, zumindest kann ich sagen, freu ich mich, und das hat auch, ähm, Daniel Hartwig gesagt, jetzt gleich gewinnt einer von euch Vieren, in dem Sinne, und das das erste Mal. Für die Promis sowieso das erste Mal, aber auch für die Profis, denn Malik hat noch nie gewonnen, Wadim hat noch nie gewonnen, und deswegen freut es mich zumindest, dass jemand gewonnen hat, der auch noch nie gewonnen hat, und das finde ich schön, und deswegen, ähm, finde ich, hatte das schon so ein gutes, rundes Ende. Ja, meine Lieben, ähm, das war's von meiner Seite aus. Es wird noch ein Abschlussvideo geben, wo wir nochmal über die Staffel reden, über meine Prognose, alles rund darum, ähm, und ja, äh, es wird kein Video geben, sag ich hier auch nochmal zum Abschluss, zur Profi-Challenge, wird es nicht geben, ähm, aber wie gesagt, ähm, das soll euch nicht davon abhalten, diese Show zu gucken. Deswegen bleibt mir noch zu sagen, euch, ein wunderschönes Wochenende, wir sehen uns für andere Videos wieder, die dann, äh, am Montag kommen werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst uns doch noch um da, abonnieren, Glocke aktiv, wenn ihr nicht vergessen, und mir bleibt nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao, liebe Top-Familie und Let's Dance-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.